Stell dir vor, du sitzt bei bestem Wetter auf deiner Terrasse, grillst mit deinen Freunden und hörst Musik mit HiFi-Klang. Bei HiFi-Klummen haben wir verschiedene Lösungen, wenn du großartigen Outdoor-Klang haben willst. Egal ob bei Sonnenschein, Regen oder Sturm. Selbst preisgünstige Modelle, wie zum Beispiel von Argon Audio, bieten dir einen guten Klang für draußen. Wenn du etwas wählerischer bist, gibt es auch Modelle von Bowers & Wilkins. Die meisten von euch kennen Bowers & Wilkins von den klassischen HiFi-Lautsprechern. Doch auch ihre Outdoor-Modelle, wie der AM1, stehen ihren klassischen Gegenstücken, was Klangqualität, Verarbeitung und Design angeht, nichts nach. Outdoor-Lautsprecher werden immer mit einer Halterung geliefert. So kannst du sie dauerhaft montieren. Bevorzugt unter einem Dachüberstand. Am besten du befeuerst deine Outdoor-Lautsprecher mit einem Multivium-Verstärker, wie es sie zum Beispiel von Sonos, Denon und auch Bluesound gibt. So musst du nur einmal das Lautsprecherkabel verlegen und kannst dann ganz einfach mit deinem Handy und den jeweiligen Apps deine Musikanlage steuern. Mit einem Satz guter Outdoor-Lautsprecher erhältst du ein volles Klangbild mit echtem Stereo. Und das ist ein ganz anderes Erlebnis, als wenn du selbst einen großen Bluetooth-Lautsprecher solo verwendest. Ganz egal, welche Lösung dich anspricht. Komm am besten in deinen nächsten HiFi-Klangen-Store, hör es dir an und lass dich beraten, bevor du dich entscheidest.